Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Lasst alle Hoffnung fahren. Als würden mich meine schlimmsten Feinde heimsuchen. Überlasst dem Himmel, Gerechtigkeit zu üben. Diese einseitigen Lösungen produzieren nur ein neues Viltrum. Vielleicht Dutzende davon. Ja, das ist der Hub. Männer wie wir existieren nur dank solcher Gruppen. Eine sofortige Eindämmung ist unumgänglich. Zu viel steht hier auf dem Spiel. Du bist verblendet. Ein hoffnungsloser Humanist. Es ist vorbei, Direktor O'Brien. Wie wär's, wenn du mal zum Punkt kommst, Morgan? Du spielst wieder mit dem Feuer. Aber dieses Mal wirst du dir die Finger verbrennen. Untätigkeit wird die Situation nur noch verschlimmern. Denk nach, Direktor. Oder du wirst es bereuen. Ah ja, du machst es dir wieder verdammt einfach, Morgan. Aber sobald wir die Wahrheit kennen, werden wir sicherstellen, dass sich deine Fehler nie mehr wiederholen. Parker! Ja, Zeit zu verschwinden. Der Spannende Wir müssen schnell sein, die Zeit ist knapp. Wir müssen hier raus. 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 Hier ist Chris, Vermillion, Parker, Jill. Hört gut zu. Das Schiff ist verloren. Aber der Virus darf auf keinen Fall ins Meer gelangen. Jessica und ich sind auf dem Weg zur Queen Zenobia. Wir melden uns bald. Bleibt am Leben. Chris Ende. Ich bin ein. Ich bin ein. Ich bin ein. Was ist das? 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 Hier ist Chris. Alles okay? Chris! Ja, uns geht's gut. Aber das Schiff sinkt schnell. Näher an uns der Queen Zenobia. Treffpunkt in der Schiffshalle. Okay. Wir warten. Gut. Bis bald. Chris Ende. Ah! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020